Ich glaube, wir werden weltweit ein Vorbild sein können für die regenerativen Energien, für die CO2-Freiheit, wenn es uns gelingt, gleichzeitig die Energiesicherheit herzustellen und die CO2 reduzieren. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, die die Sicherheit gefährden oder den Wohlstand gefährden, dann werden wir weltweit kein Vorbild sein und dann werden uns andere nicht folgen. Wenn wir beweisen können, dass es möglich ist, den Wohlstand zu erhalten, die Energiesicherheit zu erhalten und CO2 zu reduzieren, dann werden unsere Technologien Vorbild für die übrige Welt sein.